Die große Verbreitung schriftlicher Prüfungen an Hochschulen gründet auf der Annahme, dass Texte die Fähigkeiten ihrer Verfasserinnern widerspiegeln. Gute Texte zeigen demnach also etwa, dass jemand dazu in der Lage ist, Informationen zu finden und zu verarbeiten, schlüssig zu argumentieren, Kontroversen aufzubereiten oder sich präzise und unmissverständlich auszudrücken. Die Frage der Eigenständigkeit ist daher bei allen schriftlichen Prüfungen zentral, denn nur unter der Prämisse, dass ein Text selbstständig erarbeitet wurde, kann er auch als Zeugnis der kognitiven Leistung seines Autors oder seiner Autorin Begriffe werden. Feedback, Lektorate oder auch Ghostwriter haben diesen Zusammenhang natürlich schon immer fraglich scheinen lassen. Die niedrigschwellige und gleichzeitig kostengünstige Zugänglichkeit von textgenerierenden KI-Tools bedingt jedoch, dass unbeaufsichtigte schriftliche Prüfungen ohne weitere Regulierung weniger denn je den Lernstand von Studierenden zuverlässig widerspiegeln. Die beiden auf den ersten Blick naheliegenden Lösungen, Verbot der Nutzung von KI-Sprachassistenzen und Abschaffung unbeaufsichtigter Prüfungen, entputten sich allerdings spätestens auf den zweiten Blick als problematisch. So ist ein Verbot schlicht nicht durchsetzbar. Technologische Lösungen zur Identifikation KI-generierter Texte führen in beiden Richtungen zu falschen Ergebnissen, weisen also auch sporadisch menschlich verfasste Texte als KI-generiert aus. Viele ExpertInnen sind sich deshalb einig, dass eine zuverlässige technologische Identifikation grundsätzlich nicht möglich ist. Ein Verbot ohne die Möglichkeit der Ahnung ist prüfungsrechtlich aber natürlich problematisch. Der zweite naheliegende Lösungsansatz, schriftliche Prüfungen nur noch von Hand und unter Aufsicht durchzuführen, unterwandert natürlich symbolisch die Eigenverantwortung der Studierenden für ihren Lernprozess und ihre Persönlichkeitsentwicklung. Zudem beraubt er sie der Lernanlässe, die Seminar- und Abschlussarbeiten, Protokolle und so weiter darstellen, denn es sind in aller Regel nicht nur die umfangreichsten, sondern auch die anspruchsvollsten fachlichen Aufgaben im gesamten Studium. Sie bergen großes Potenzial für die Fach- und die Wissenschaftssozialisation, sie schulen die Kommunikationsfähigkeit, die Präzision, die Diskurskompetenz und das kritische Denken. Letztlich braucht es die Fähigkeit zur Bearbeitung anspruchsvoller fachlicher Problemstellungen auch in vielen Berufsfeldern und das Studium muss darauf vorbereiten. Mit KI-Sprachassistenzen natürlich, denn alles andere wäre schließlich weltfremd.